Kommen wir zur nächsten Frage. Der Mario möchte wissen, mit Blick auf ein Investmentvolumen von 2.000 Euro in Rides, also Real Estate Investment Trust, empfiehlst du eine Investition in Einzel-Ride-Werte oder in ETFs? Bei 2.000 Euro, also da würde ich persönlich einfach aus Gründen eben der operativen Einfachheit einen breit diversifizierten Read-ETF kaufen und dann wäre ich fertig mit der ganzen Sache. Also ich bin ein Verfechter der Einfachheit. Fertig. Und da ist der Kauf natürlich dann entsprechend einfacher als... Die Frage ist natürlich auch, was du bei 2.000 Euro, wie viel Gebühren du dann auch zahlst pro Transaktion? Das muss man auch noch dazu kommen. Die können wahrscheinlich auf jeden Fall billiger werden, wenn man es sich als ein ETF zulegt. Alles klar, danke dir. Ich hab 4.000 Euro auf